RTS Reinigung. Bundesweit Ihr Spezialist für effektive und umweltverträgliche Industrie- und Gebäudereinigung. Wir bieten zuverlässigen und preisgünstigen Komplettservice rund um Ihre Objekte, innen und außen. Dafür entwickeln wir optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Reinigungskonzepte. Unser breites Leistungsspektrum umfasst zum Beispiel die Unterhaltsreinigung nach individuellen Zeitplänen, die Reinigung von Produktionsanlagen, die Außenreinigung Ihrer Gebäude wie von Fassaden und Glasflächen, die Pflege von Außenbereichen inklusive Grünanlagen und Baumschnitt sowie die regelmäßige Schneeräumung durch unseren Winterdienst. Zu unseren Schwerpunkten zählen außerdem die fachgerechte Reinigung von Kühlanlagen sowie Beschichtungen und Sonderreinigungen. Zahlreiche Auftraggeber von Großunternehmen über Facility Manager und öffentliche Einrichtungen bis zu Wohnungsverwaltungsgesellschaften vertrauen bereits unserer Leistungsfähigkeit und Qualität. RTS-Reinigung – für eine saubere Welt.